Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem kleinen Pen & Paper Kanal. Heute ist mit mir dabei der Ben. Hallo Ben. Moin, moin. Ja, gerne. Ich mache das ja aus Selbstzweck, weil ich ganz viele Fragen habe zu einer Pen & Paper Serie, die du vor etlichen Jahren gemacht hast. Jetzt habe ich dich darauf angeschrieben. Jetzt haben wir dir ein halbes, dreiviertel Jahr nochmal Zeit gegeben, dein Hirn wieder freizuschicken, zurückzuschicken. Denn du hast eine grandiose Serie gemacht mit GameTube. Da habe ich dich ja auch irgendwann mal entdeckt, weil ich kannte GameTube schon länger. Ich bin auch Fan von GameTube. Wer ist GameTube? Das sind Redakteure und Ex-Redakteure von GameStar, weil ich glaube, dass der Martin nicht mehr dabei ist. Aber es kann auch sein, dass er wieder zurück ist, wer weiß. Genau. Und du spielst mit den Jungs Pen & Paper. Ich mache Reactions auf Rocket Beans und habe dann deine Pen & Papers genommen und habe sie dann als Kontrastprogramm gesendet. Also um den Zuschauern, die von Rocket Beans kommen, zu zeigen, okay, es geht auch anders, weil nur um das mal klarzustellen nochmal. Ich weiß, wir haben gerade darüber gesprochen, aber ich möchte es gerne mit dem Zuschauer nochmal so ein bisschen erklären, wo der Rahmen ist. Rocket Beans ist Unterhaltung mit Pen & Paper Anteil und um zu zeigen, wie Pen & Paper mit Unterhaltungsanteil aussieht, da habe ich mir deine Sachen vorgenommen. Die ich, es ist jetzt kein Witz, also jetzt nicht jährlich, aber schon sehr häufig gesehen habe. Die laufen immer mal so nebenbei beim Zocken, weißt du? Und gerade auch die längeren Sachen. Und dann dachte ich mir, weil auch der eine oder andere Zuschauer Fan davon ist, das weiß ich, Grüße gehen raus an Wolfgang. An Wolfgang. Dachte ich mir, lass uns doch mal drüber reden über deine Serie Bury My Heart in Hollow Hope, was ja dein zweites aufgezeichnetes Let's Play war mit GameTube. Ja. Um einfach mal so ein bisschen was herauszufinden, wie das abgelaufen ist, wie du dich strukturiert hast. Es kamen viele Fragen bei mir auch auf zum Thema, welche Regeln du benutzt und so weiter. Diese Fragen werden wir vielleicht heute alle klären. Sehr cool. Aber generell, wie lief denn oder wie läuft denn so eine Absprache ab, wenn du so ein Online-Event machst mit GameTube? So grob. Also, wir spulen sechs Jahre zurück in die Vergangenheit. 2015. Genau. Und es ist mein erstes aufgezeichnetes mit GameTube, weil das allererste, das Fallout war ja eine Mischung, beziehungsweise es war GameStar sozusagen. Und da waren nur zwei GameTuben dabei. Und das Hollow Hope war dann tatsächlich als Weihnachtsbäche gedacht das allererste, was ich mit allen vier GameTube-Jungs gespielt habe. Und der Ursprung, denn 2015 habe ich auch meine Online-Karriere begonnen, war tatsächlich, dass ich Frechdreis den Fritz Schneider angeschrieben habe. Christian Fritz Schneider, einfach direkt angeschrieben. Also eine Mail an die GameTube-Fan-Adresse oder was damals war und gesagt, hier, ihr spielt ja gerne die und die. Ich gucke euch seit, also nicht die, 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 die und die Spiele so rum. Und ich gucke euch seit 2012 zu und ein großer Fan, finde das cool, finde das lustig. Ihr seid zu viert. Hättet ihr mal Lust, analog ein Rollenspiel zu spielen? Genauso ist es doch gelaufen, als ich dich angeschrieben habe. Exakt. Und das ist auch immer noch so ein Ding, wenn man etwas gerne möchte, muss man auch mal fragen. Ja, ja. Aber interessant, also du hast quasi gesagt, ey, ich habe eine Schnapsel-Idee, ja, hab dir Bock drauf. Das war damals noch, du bist auch noch kein High Five von der GameStar. Nee. Nee. Da bin ich nicht so im Thema. Genau, das lief nebenbei und das war ein sehr freies Projekt, wo der Florian Haider dabei war, der Michi Obermeier, der Marco Rich, also das Konglomerat, was sich dann in verschiedenen Sachen spezialisiert hat. Und High Five hat so ziemlich alles Nerdige abgedeckt. Und ich habe gedacht, oh, im Rahmen von High Five und ich finde GameTube toll, wie wäre es denn, so ein Projekt mal zu starten. Disclaimer, ich habe nicht vorher Rocket Beans gekannt. Also Rocket Beans sagt mir das, aber nicht Tears oder, nee, Biers war das Erste. Nee, Tears war das Erste, ja. Tears habe ich nicht gesehen. Das ist, ich glaube, im April 2015. Also es ist im selben Jahr vorher gestartet. Das weiß ich gar nicht, ob das zeitlich so aneinander lag. Knapp vorher. Was ich kannte, waren die amerikanischen Pendants. Also ich kannte Critical Role 2014, habe ich von Anfang an mitgeschaut. Und ich kannte Acquisition Incorporated. Also von den D&D-Machern tatsächlich die großen Bühnenshows dann auch. Und die haben mir gezeigt, so, wow, Moment mal, es gibt da Publikum für. Also es gibt Leute, die sich anschauen, wie Leute da. Das war für mich damals nur Amerika und das war neu. Und diese zwei Gedanken, ich mag GameTube, ich finde die lustig. Und ich komme vom Theater, ich mag Publikum. Das heißt, warum sollte ich nicht das verbinden und das anbieten? Dann kam von Christian zurück. Super, habe aber leider gar keine Zeit. Aber ich schicke es mal an GameStar weiter. Und so kam Fallout zustande. Weil Fallout 2.15 rauskam, Fallout 4. Und das war so ein Promo-Ding. Ja, stimmt. Und vor allem, ich habe dann jetzt auch im Nachgang noch bei Fallout gesehen, das war ja komplett improvisiert auch und mitten im Flur. Was man natürlich in der Aufnahme überhaupt nicht merkt. Außer, dass man manchmal Leute durchs Treppenhaus gehen hört. Okay, aber das, ja. Genau, das war noch im alten Studio. Können wir gleich nochmal so zur Aufnahme-Dings machen. Also Fallout war im alten Studio tatsächlich und das war ein ganz komischer, grüder Raum. Und nach Fallout war irgendwie Feuer entfacht. Dann hieß es von der GameStar, hey, wir wollen auch ein Weihnachts-Special. Allerdings, was nicht unbedingt Weihnachtliches, machen wir Star Wars. Okay. Das lief konträr. Und dann habe ich gesagt, wenn ich zugesieße... Komplett untergegangen auch. Ja, ja, ja. Warum? Das da fragt man sich. Weil ich weiß, also jetzt gefühlsmäßig Fallout hatte, weiß ich nicht, 100.000 Aufrufe. Hunderttausende. Ja. Und Fallout hat jetzt noch nicht mal die 100.000 geknackt. Star Wars, ja. Oder Star Wars, ja. Da merkt man, das muss wahrscheinlich irgendwie an dem Veröffentlichungszeitpunkt liegen. Ja, ja. Weil die Runde ist nicht schlechter oder so. War auch gut besetzt. War, war, hat ja einen Spaß. Egal, das war auf jeden Fall dann die Einladung, komm nach München. Und dann habe ich zu GameTube gesagt, hier, ich bin wieder in München. Dann war, das war das neue Studio. Also die sind innerhalb dieser Zeit, Oktober bis Dezember umgezogen in ein neues Studio. Wo sie jetzt auch noch sitzen. Und ich bin eh da. Ich bleibe übers Wochenende. Ich habe eh Hotel und sowas bezahlt bekommen. Von daher, habt ihr Bock dann am Sonntag was zu machen, wenn wir am Samstag GameStar machen. Und dann hieß es von allen vieren, ja, also Daniel und Michi waren bei Fallout dabei. Die waren sowieso schon Feuer in Flamme. Und Martin und Fritz waren die kompletten Newbies in dem Sinne. Also das, was man bei Barry My Heart in Hollow Hope sieht, das ist das GameStar-Studio. Das ist das GameStar-Studio, ja. Und zwar, ja, da nehmen sie so ein paar Specials auf oder Interviews und sowas. Das ist, sie haben ein größeres Studio und das direkt angeschlossen an die Büros sozusagen. Und mittlerweile machen sie ja sehr viel Greenscreening und Michi ist ja in Holland und nimmt von da aus seine News auf und sowas. Das hat sich alles ein bisschen zerflettert. Aber damals war das, das heißt damals, also die letzten sechs Jahre war das sehr eng zusammen. Und da haben wir auch alle folgenden GameStar-Runden aufgenommen. Und alle GameTube-Runden aus dem akustisch-katastrophalen Ablage C, das war bei Michi zu Hause. Ja, das war schade. Das kann man sich leider, ich habe es, glaube ich, auch noch nie fertig geguckt, weil es ist sehr anstrengend. Sehr schade, weil es gut ist. Es ist fantastisch, weil gerade Daniel Veidt und Michael Obermeier, die ja immer so diesen bayerischen Kleinbürger ganz gut springen. Und dann der Daniel Veidt natürlich mit seinem Al Bundy-Nackte-Kanone-Humor, den er ständig springt. Und wenn der das so raushaut, der haut manchmal so kurze Sätze raus, da merkt man ganz genau, das ist komplett an Al Bundy angelehnt. Ich kann es jetzt gar nicht, ich will es auch gar nicht machen. Ja, das ist so, du erwartest dann so eingespielte Lacher im Hintergrund. Ja, ja, ja. Okay. Ja, genau, und deshalb waren wir da im Studio und das war das erste Mal zusammen mit allen Vieren. Und wie hast du dann, also, okay, also die waren Feuer und Flamme, haben gesagt, okay, machen wir als Weihnachtsspecial. Das war ein Weihnachtsspecial für, ich glaube, es kam an Weihnachten raus, für GameTube. Genau. Und dann hast du gesagt, jo, okay, habe ich Bock drauf. Und wie ging das dann ab? Also, haben die sich das gewünscht mit Deadlands? Oder war das, ich glaube, dass das so spezialistisch war, das war doch sicher deine Idee. Genau, also, gewünscht haben sie sich, ich habe ein paar Szenarios zur Auswahl gegeben. Und da war Wild West drunter, ohne dass ich jetzt Deadlands genannt habe. Und dann hieß es von allen Vieren, ja, da haben wir Bock drauf. Ich hoffe, es ist eh ein One-Shot in dem Fall, also nichts Größeres zu planen. Und es soll so in drei Stunden, glaube ich, durch sein. Und Wild West habe ich Deadlands hier tatsächlich, aber habe natürlich auch das Wissen, ich habe jetzt zwei, die bisher nur Cthulhu einmal gespielt haben mit Fallout, hatte ich ein adaptiertes Cthulhu-System. Und zwar, die noch nie gewürfelt haben. Und dann Deadlands auszupacken mit, ihr zieht mal Karten, auch wenn sie keine Hux da spielen und so weiter. Und neue Welt aufbauen und sowas fand ich für den Anfang ziemlich overpowered. Damals war ich auch noch nicht so in D&D 5 drin, dass ich gesagt habe, das ist ein gutes Einsteiger-System. Und war mit Cthulhu super zufrieden und das hat mit Fallout geklappt. Also habe ich Deadlands als Background genommen mit Geisterstein und den Native Rituals und so ein Kram. Und habe Cthulhu draufgepackt als Cthulhu Wild West. Das gab es damals sogar als System in der Cthulhu-Welten 2. Also es gab ein System mit Waffenwerten und sowas, das musste ich nicht groß selber bauen. Und habe zum dritten, was ja auch oft gefragt wird, wo habe ich meine Bodenpläne her, ein Brettspiel genommen, nämlich Shadows of Brimstone. Und das hatte ich zu Hause und habe tatsächlich diese drei Dinge zu einem Abenteuer zusammengeführt. Und habe aufgrund des Brettspiels, weil ich da schon die Karten hatte und die Miniaturen, habe ich daraus das Abenteuer gestrickt. Also habe ich mir da ein sehr, sehr einfach von hinten aufgezäumtes Pferd. Und habe gesagt, oh, ich habe eine Minenkarte, ich hätte auch noch Sumpf gehabt, ich habe die in die Figuren. Wunderbar, dann habe ich ein bisschen was Show und Tell, da meinst du die Unterhaltungsaspekte. Da habe ich also ein bisschen was, was schick aussieht. Diese Spielkarten sind daher, das Dynamit und so weiter, die Ausrüstungskarten. Ah ja. Das war alles von Shadows of Brimstone. Das habe ich mir schon gedacht. Also das mache ich ja auch ganz gerne. Ich habe Arkham Horror, das Brettspiel. Das ist ein wahnsinniger Fundus für alles, was mit Cthulhu zu tun hat. Richtig. Und habe ich auch genutzt, um auch Spieler mal einzuführen. Aber genau das war nämlich auch eine Frage, welches System du benutzt. Man hat es, also ich habe es schon geahnt, wegen den Hunderterwerten und so weiter. Und geistige Stabilität haben sie natürlich auch. Ja genau, die geistige Stabilität mit eingebaut. Interessanterweise von diesem Western Cthulhu hat jemand, mit dem ich schon jetzt längere Zeit auch Midgard spiele und so, von dem hat er mir auch erzählt. Der hat das auch und schwärmt davon, dass es wirklich ein schönes Modul wäre. Also, ich fand, warum hast du dich dazu entschieden? Also hast du ja schon erzählt. Ach nee, hast du ja schon gesagt. Für Einsteiger gerade hast du dich dafür entschieden. Hunderter Werte sind ja sowieso sehr dankbar für Einsteiger. Ein Wurf, ein Ergebnis, ja. Ja, und man kann es einschätzen. Ja. Ja, wenn ich bei DSA eine 3W20-Probe habe und habe dann hinten noch einen Wert dazu und dann denke ich, hä, was muss ich jetzt würfeln und so weiter? Das ist schon was anderes. Aber das hat natürlich dazu... Ja, und zusätzlich zum System auch der Hintergrund, was ich bei Cthulhu immer spannender finde, als in dem Fall bei Deadlands. Die Spieler sind sich nicht der Gefahr bewusst, sie wissen nicht, dass die Welt scheiße und seltsam ist. Sondern sie treten erst dem Mystery entgegen. Und wenn dir dann diese Spinne auf den Kopf fällt, ist das als Revolverheld viel schlimmer als als Huckster oder als Schamane, der da zaubern kann, weil der weiß, worum es geht. Also dieser Schrecken, das wollte ich so ein bisschen, diese Horrorspekte, kommt da mehr raus, finde ich, als wenn du die Welt kennst. Wenn du die Welt kennst, ist einfach nur die Frage, wie groß ist das Monster? Oh shit, ein Wendigo. Das ist so. Wenn du die Welt nicht kennst, bist du der Sterbliche Ramirez, der dann seinen Arm verliert. Und das ist dann wirklich kacke. Wie gesagt, ich hatte Einsteiger, Cthulhu, die hatten noch nie was von Lovecraft gehört. Die wussten auch nicht, was Cthulhu ist. Ich habe nur gesagt, wir spielen in den 20ern. Oder in den 30ern, sagt man ja so. Das hat dazu geführt, dass die Gruppe gestorben ist. Weil der, der richtig ordentlich zuhauen kann, gesagt hat, nein, greift den nicht an, der will mit uns reden. Wollte er aber nicht. Ja, dammit. Er war ein untoter Mythos-Magier. Na gut. Ja, das war die Vorgabe. Also die Vorgabe war sozusagen, ich habe ein Wild West für euch und ich schicke euch mal Charakter-Archetypen. Ja, die haben sich dann einfach aus Archetypen, die ich aus Cthulhu genommen habe, die Berufe damals, was ausgesuchte Bandito, der Prediger, der Revolverheld und der Kopfjäger, glaube ich. Genau. Und das sind zwei sehr gute Charaktere rausgekommen. Nämlich der Ramirez, der Mexikaner. Also den habe ich, ganz klar konnte ich den sehen, obwohl halt, also ich sage das immer als Rollenspieler, die Sichtbarkeit, das heißt, ich kann mir diese Figur genau vorstellen. Ich habe ein Bild von der Figur. Den konnte ich mir vorstellen. Und natürlich den Reverand. Die anderen beiden, vom Obermeier und vom, ich vergesse immer den Martin, den Lee, die beiden, die waren sich zu ähnlich. Ja, richtig. Was ist das? Ein Cowboy und ein Kopfgeldjäger. Es waren einfach beides so ganz länger. Ja, genau, ganz länger waren es, genau. Aber gut, ich habe gesagt, versucht nicht jeder denselben zu nehmen, aber es gab dann tatsächlich Kopfgeldjäger und Revolverheld. Michi war eher der Drifter, er klingt Eastwood-mäßig. Und Kopfgeldjäger, ja, der Martin. Das ist spannend, können wir dann sagen. Der Fritz war Einsteiger, Anfänger, noch nie gespielt. Und der Martin auch. Und das sind Spielertypen an dem Tisch. Superspannende, unterschiedliche Spielertypen. Der Martin ist ein Number Cruncher. Merkt man auch im Spiel dann total. Der geht total im System auf, der vergleicht Nummern, der schaut, wer welche Werte hat, guckt, wie viel Schaden er macht und so weiter. Und das hat er auch direkt gesagt. Er liebt dieses Number Crunching, auch in Computerspielen sowas, das ist seine Welt. Also der würde in D&D 3 zum Beispiel aufgehen. Er hat ja auch hier diese, was macht er denn da, Dota macht er ganz viel. Und Hearthstone hat er auch mal eine ganz lange Zeit gespielt. Und da merkst du halt, wie er ja jede Karte und jedes Item und das in Kombination setzt und so weiter. Das ist ja überhaupt nichts für mich. Der Fritz auf der anderen Seite ist der Chaos-Spieler. Also der Fritz ist der, was habe ich, was kann ich machen und dann nehme ich halt Dynamit. Ja, und die Grafik muss bei dem immer stimmen. Genau, genau. Und die Grafik muss stimmen. Und deswegen hat er auch sein Outfit so gewählt. Okay, ja, also das waren auf jeden Fall, also ich muss nicht sagen, aber auch für Einsteiger, wenn ich das jetzt eins zu eins vergleiche mit Rocket Beans, wie gesagt, nicht wertend, aber wenn man das vergleicht, du hast eine Ruhe am Tisch bei dieser Gruppe. Du hast Spieler, die sich darauf einlassen, die nicht die ganze Zeit Handy, im Hintergrund Twitter laufen haben. Ähm, sie lassen sich ausreden. Das fällt mir jetzt ganz, ganz stark auf bei der dritten Staffel Tears, jetzt auch in Verbindung mit Fallout. Die Leute, ich nehme gerade Fallout auf für alle, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber Fallout wird kommen. Die haben, die kennen sich alle schon lange und wissen und machen zusammen Aufnahmen. Das ist bei den Rocket Beans ja auch so. Aber bei den Rocket Beans, das sind halt alles Vollblut-Moderatoren. Die stellst du auf eine Bühne und die machen, ohne dass sie eine Karte in der Hand haben, zwei Stunden Show. Und dementsprechend sind die auch von... Jeder für sich auch, ne? Ja, und deswegen sind die vom Temperament her auf eine ganz andere Hausnummer. Und die ganze, wenn du Rocket Beans guckst, die ganze Zeit machen die Faxen, halten irgendwelche Sachen ins Bild, machen Show, die entertainen von sich aus. Und das ist bei deinen Pen & Papers, natürlich mit den Game-Typ Jungs, eine andere Hausnummer, ohne dass es langweilig wird. Das ist mir halt ganz extrem jetzt aufgefallen in der dritten Staffel Tears im Kontrast zu Fallout. Wahnsinn. Okay, was haben denn die, also, was haben denn die Jungs von sich aus reingebracht in diese ganze Nummer? Oder haben die überhaupt irgendwas geschrieben, eine Charaktergeschichte oder so? Ja, ja, also Charaktergeschichte, die haben diese kleine, wo wir jetzt spielen, ja, eine Frontier Town und so weiter. Also die wissen, die sind ja gestrandet und sind erst mal da und haben sich ihre Figuren ausgesucht und Nummern verteilt, also normales Charaktersheet auszufüllen, das ist wunderbar. Und dann habe ich, was ich auch schon bei Fallout gemacht habe, für jeden ein Geheimnis oder ein bisschen Hintergrund gebeten. Und da kommt, wie man es auch bei verschiedenen Spielern kennt, am Tisch mal mehr, mal weniger. Also es kam jetzt keiner mit drei Seiten Hintergrund, aber ein paar haben sich mehr ausgedacht, ein paar haben sich weniger ausgedacht. Und da merkt man auch, wie viel rauskommt und wie viel nicht. Michi hat sehr seine, bei Michi kam sein Hintergrund mit in die Story, sozusagen. Ja. Unabgesprochen, ja, dieses, der Stamm, den er ausgelöscht hat und so weiter, hätte es gar nicht gebraucht. Also das war so ein bisschen miteinander gespielt. Also es hätte, der alte Indianer, dieser Insider mit dem Bild, den hätte es gar nicht. Erklärst du gerade mal, wo der herkommt? Aus der Comic-Con San Diego, da waren die für die Gamester und in Michis Gasthaus war dieses Bild. Und da gab es irgendwie ein Making-of von Comic-Con und da hat er dieses so abgefehlt, so bieb, 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 das eben der Indianer immer verfolgt und so. Weil ich wusste es nicht. Es hat aber einen, der Zuschauer, den ich eben schon mal erwähnt habe, der Wolfgang, der hat es gewusst und hat es auch in die Kommentare geschrieben. Aber nicht hundertprozentig, der wusste es nicht mehr so ganz genau, aber es war richtig, was er geschrieben hat. Genau, ja, ja. Okay, das war so ein Running-Gag aus dem Game-Tube-Universum. Ja. Okay. Und, ähm, genau, also das, das kam viel von Michi. Ähm, äh, Daniel mit, mit seinem Okkulten, ich bin nicht christlich, aber ich versuche da irgendwas zu machen. Das hat er ganz wenig geschrieben, aber sehr viel gespielt. Ja, da habe ich mich dann, äh, live drauf eingelassen, ähm, weil das kam so gar nicht so raus. Beim Fritz und bei Martin war sehr wenig. Äh, Fritz hat nur, dass er seine, eine deutsche Mama hatte und deshalb der Name, aber sie war noch nicht so, was, was mit Großgeheimnis zu arbeiten. Und Martin hatte ein schönes Geheimnis, was gar nicht rauskam, ähm, was nur zu sehen ist. Ist die Frage, äh, ja, das jetzt genau nach dieser Sache, ne, da will ich einhaken, mit dem Geheimnis, was nicht rauskam. Ich erlebe das immer wieder mit neuen Spielern oder hab's auch selbst am eigenen Leib erfahren. Man schreibt sich irgendeine schöne Geschichte, ein schönes Geheimnis, ähm, aber man, man muss es ja selbst irgendwie in den Vordergrund spielen. Ein bisschen, ja, ja, ja. Und es gibt viele Leute, die überhaupt nichts tun und erwarten, dass andere Spieler da fragen. Richtig, richtig, aber das kann man nicht, wenn man nicht weiß, was, also, äh, um, um genau dieses Problematik zu erklären, Martins Geheimnis, äh, der trägt ja als Kostümteil so ein, so ein Schal, so ein Halstuch. So ein Halstuch, ja. Und dieses Halstuch verdeckt eine Narbe, die quer über seine Kehle geht. Aha, okay. Aber er hat keine Narbe, die quer über seine Kehle geht, er ist nämlich Martin, also hat er nur dieses Halstuch und deshalb kann keinen machen. Deshalb wär's tatsächlich eher an mir gewesen, dass das Ding irgendwann mal abreißt, verrutscht und jemand drauf schaut. Aber daran hab ich tatsächlich im, im Zuge des Abenteuers oder in der Nichtigkeit dieses Geheimnis nicht gedacht. Und deshalb ging das unter. Also, Martin ist tatsächlich schon mal gestorben, beispielsweise, ja. Okay. Ähm, aber das ist so gesagt. Das kam von ihm. Ja, super, super ärgerlich dann, ja. Anfänger, Spieler, äh, können das auch vielleicht auch gar nicht oder wissen gar nicht, wann kann ich denn sowas überhaupt mal reinbringen? Richtig, das ist aber so, was ich gar nicht gewesen. Und, ähm, da dachte ich, okay, er hat jetzt vielleicht nichts vor, oder deswegen ist er auch so blass geblieben wahrscheinlich. Mhm. Äh, weil er halt einfach, weil in der Richtung halt gar nichts kam, außer halt seine, seine Typisch, also das, was er so gespielt hat, das war halt schon auch witzig und so weiter. Ja, ja, klar. Aber es war halt was anderes wie der Reverend, der auf einmal anfängt da zu sagen, äh, mit dem kleinen Timmy gehe ich jetzt in die Mine und solche Geschichten. Und das ist halt ein Daniel, der sowas nicht aufschreibt, sondern das ad hoc kommt. Das Einzige, was er tatsächlich aufgeschrieben hat, ist die Flasche vom, mit dem Geist vom Kaiser. Also das hat, okay, also das hat er sich, er sich ausgedacht. Das dachte ich mir auch, weil das, sowas denkt sich, sowas denkt sich kein Spielleiter aus. Nein, nein. Der, wie war, der, der, der letzte Atemzug von Kaiser? Der letzte Atemzug von Kaiser, ja. Irgendein, irgendein Kaiser war das, genau. Ja, 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 auf jeden Fall. Wahnsinn, aber das, das ist auch sowas, das konntest du ja gar nicht einschätzen, dass sowas kommt. Und das, und du wusstest natürlich auch nicht, für was du sowas gebrauchen könntest. Und das war für dich natürlich ein schöner Nothalt. Ja. Weil es sah sehr, sehr... Also wie sein Holzkreuz oder sowas, also es waren keine, die hatten keine magischen Gegenstände. Die hatten einfach nur, äh, die Frage, was für Ausrüstung tragt ihr bei euch? Ja, was habt ihr an, an Zeug, das durften sich aussuchen und genau das, ja. War das für dich, äh, äh, ein guter Ausweg am Ende dieser Flasche? Weil es sah ja schon ziemlich übel aus, ein Stück weit. Es war, äh, auf jeden Fall eine gute Nottür, damit alle wieder, also fast alle durchkommen, genau. Es war ein cooles Angebot, was ich auf jeden Fall dafür dann nehmen konnte. Wichtig, es war ein Angebot von den Spielern, das du dann nutzen konntest. Das heißt, äh, der, der Spieler hat etwas gemacht, was nicht nur Blödsinn ist, am Ende hat er damit sogar was machen können. Ja, und vielleicht sogar auch, äh, am Ende alle retten. Also, das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz belohnt gewesen dann, ähm, und hat auch wunderbar funktioniert. Es war so, es war wie, es hat, es hat sich organisch ergeben, das war wie abgesprochen. Ja. Okay, gab's irgendwie eine Zwischen-, äh, eine Überlegung, das auch mal live aufzuzeichnen? Oder war das sofort klar, wir machen das auf, äh, on Tape? Ich glaube tatsächlich, das war, also, es war, es war nie die Frage. Und ich glaube, ähm, ähm, äh, es klingt jetzt vielleicht, äh, ich glaub 2015 war Twitch, äh, noch keine große Live-Streaming-Nummer im Sinne von, äh, so Sachen. Da hatten wir Let's Plays ohne Ende auf Twitch, ähm, YouTube-Streaming gab's noch nicht und das war, glaub ich, nicht die Frage, ja. Ja, äh, zu der Zeit haben auch die YouTuber noch mehr verdient. Die, exakt, ja. Äh, YouTuber hat ja, YouTube hat ja dann die Regeln geändert, ähm, und dann sind ganz, ganz viele auf Twitch gegangen. Ja. Beziehungsweise zweigleisig, fahren zweigleisig, ne. Okay. Exakt. Aber dass, dass es nicht live ist, äh, das hat natürlich auch die, ähm, die Ruhe dann gegeben. Weil ihr konntet spielen, es konnte schön und leicht geschnitten werden. Es war auch nicht so ein großer Personalaufwand wahrscheinlich. Ich glaube, der Julius Busch war damals unsere Regie, Ton- und Schnittregie. Und er hat einfach laufen lassen und im Nachhinein dann in Ruhe bearbeitet, die Musik drunter gesetzt und so weiter. Und ja, eine Person war mit im Raum. Das ist halt echt fast Heimrunde mäßig. Ja, und das war auch, es wurde nicht unterbrochen von irgendwelchen Einspielern oder Werbung oder sonstiges. Ihr konntet einfach spielen und die Schnitte wurden gesetzt, also die Pausenschnitte dann, wenn es gepasst hat. Ja, ob das mal fünf Minuten länger war oder weniger, war dann egal. Okay, wie lange hast du dann vorbereitet an dem ganzen Abenteuer? Also wo du sagst, es ist okay, so aktiv? Oh, das ist, also die Anfrage kam recht knapp. Das heißt, normalerweise habe ich für sowas, nehme ich mir tatsächlich immer so gestückelt vier Wochen Zeit. Also tatsächlich, von der Erstidee zum Plot, über die Grobstruktur des Aufbaus, dann Karten bauen und so weiter. Also wirklich immer schön lang Zeit. Ich glaube, das war damals ein bisschen knapper. Und dementsprechend habe ich dann auch mir es einfach gemacht mit dem, ich nehme mir ein Brettspiel und habe dann schon meine Szenarien und so weiter. Und dann baut sich die Story darüber aus. Ich weiß, wo die Kämpfe stattfinden und überlege, wie kommen sie zu den Kämpfen hin. Und dann mache ich noch schnell ein Rätsel dazu und schaffe die Figuren. Also ich sage jetzt mal, du zeichnest auch die Charaktere. Und das ist nämlich jetzt was, das ist mir auch aufgefallen. Deine Beschreibungen. Im Kontrast jetzt auch wieder zu Rocket Beans. Wenn du einen Charakter beschreibst, dann sieht man diesen Charakter schon. Und es liegt halt daran, du hast dich mit diesem Charakter beschäftigt, weil du ihn auch gezeichnet hast. Also teilweise, man hat es bei Fallout gemerkt, du beschreibst zum Beispiel diesen komischen Trapper da. Mit dieser Metallplatte und so weiter. Ist jetzt zwar nicht Hollow Hope, aber es ist ein schönes Beispiel. Du beschreibst den ganz klar. Man hat sofort ein Bild vor sich und denkt sich, okay, das könnte ein Raider sein oder einfach nur so ein Glücksritter oder was auch immer. Zwielichtige Person oder wer weiß. Und dann hältst du das Bild hin und man sieht eigentlich das, was du beschrieben hast. Du hast dir vorher Gedanken gemacht über deine Charaktere. Und dadurch, aber auch um deine Szenerie. Du kennst natürlich, im Fallout ist es einfach. Bei Hollow Hope kann man es sich auch aus den Filmen so ein bisschen beschreiben. Du beschreibst das alles. Und zwar so, dass es klar ist. Das ist leider bei Tears manchmal nicht so. Da kommen dann Sachen wie, da steht so eine versiert gebaute Art von Hütte. Was ist das, wenn? Sag mal. Das ist für mich eine Wellblechhütte, wo eine Wand fehlt. Dann wird ergänzt, ja, sie ist relativ virtuos gebaut. Ah, dann hat es einen Geigenbauer gebaut. Okay. Ich löse auf. Es ist ein Shelter aus zusammengestellten Ästen. Also, das ist halt, das ist halt, das ist halt, das ist halt das, ähm, du hast eine Vorstellung davon und du, und du beschreibst es präzise. Für die Spieler ist es kein Tasten im Dunkeln. Die wissen, was sie machen sollen. Und, ähm, ja, das ist auch dann die Überleitung zur nächsten Frage. Hast du, ähm, die Spieler auf das Regelsystem vorbereitet irgendwie, dass ihr die Regeln, ja, trainiert habt? Oder waren die so einfach, dass es einfach egal war? Also, ich hab, äh, allen die entsprechenden Würfel damals mitgebracht. Jeder hat ein W100 bekommen. Und, äh, die wussten anhand der Charaktererschaffung, anhand der Bögen, ihre Werte sozusagen. Die haben sie ja selbst verteilt. Ähm, den Rest haben wir in 15 Minuten vor, vor Aufnahme geklärt. Einfach, dass, äh, dass sie wissen, sie können auf das und das würfeln. Es waren ja, kam ja ganz viel auch von, von den Spielern damals, äh, darf ich jetzt darauf würfeln oder sowas? Oder ich würd gern das machen, muss ich darauf würfeln. Damit war vollkommen klar, das System funktioniert, weil es nur einen Wurf hat. Und sie wissen, wenn ich jetzt was machen will, manchmal sogar zu viel, ja, auch das, äh, die, die, die Einsteigerfehler auch von mir dann, äh, jeder, jeder darf mal schauen. Ja, das ist ja auch immer diese Sache, da muss da jeder würfeln oder soll ich dann einfach nicht sagen? Das klappt nicht. Ähm, aber genau, die wussten, was sie machen müssen, um das System zu benutzen, sozusagen. Ja, ja. Und, ähm, nee, da muss man nicht viel, nicht viel erzählen. Die sind es ja gewohnt, in ihren Let's Plays auch, äh, zu agieren. Äh, nicht nur zu konsumieren, sie müssen auch agieren und sie nutzen ihre Fertigkeiten. Das hast du natürlich mit dem System dann auch relativ einfach gehabt, ne? Sie haben, sie haben Fertigkeiten, sie haben ihre Werte und können einfach loslegen, können die dann nutzen. Und müssen sie auch nutzen, also, das hat man ja auch häufig bei, äh, unerfahrenen Spielern, und dass sie, äh, immer Dinge ansagen, die sie gar nicht können. Mhm. Weil sie ihre Figur anders sehen, als die Werte, die auf dem Papier stehen. Das war, ist mir jetzt in dem, äh, bei denen jetzt nicht aufgefallen. Jedenfalls nicht, dass ich's wüsste. Genau, es war sehr übersichtlich. Einmal, glaube ich, äh, wollte Martin was und guckt dann, hör, das hab ich gar nicht. Schrift oder, oder Zeichen oder, oder lesen oder sowas. Und hab ihr dann gesagt, naja, gut, natürlich hast du, das macht 50-50 draus, sozusagen. Und, äh, würfel auf einen Wert, der jetzt nicht auf dem Bogen steht. Scheiß drauf, ja. Ja, es sind viele Sachen, die sind unwichtig, da brauchen wir da gar nicht so groß drüber reden. Okay, kommen wir zum nächsten Themenkomplex, so ein bisschen, zum Leiten an sich. Ähm, wie, die Frage ist jetzt, äh, war das alles, weil es wirkt alles so, so chronologisch und so logisch, dieser Ablauf von diesem Abenteuer. War das ein Schlauchabenteuer oder hatten die Freiheiten, die, die wir vielleicht nicht entdeckt haben? Also, es, ja, ich verstehe, ähm, es war ein breiter Schlauch. Also, es waren die, äh, Schlauchwurz in den Minen, weil die Minen ganz klar nur eine Richtung geben. Ja, klar. Die können jetzt anfangen zu graben, aber nein. Ähm, aber, äh, die Open World ist sozusagen Hollow Hope selbst. Also, die, die Stadt, äh, existiert ausgebaut. Ähm, kam natürlich nur im Prolog sozusagen im ersten Akt, äh, vor. Aber ist, äh, dann zum Beispiel, äh, es wäre möglich, dass sie zu den einzelnen Personen nach Hause gehen und folgen. Sie hätten den Doktor besuchen können, der im Ort lebt. Sie hätte dieses Dreigestirn, was, sie hätten auf die Farm, äh, wo, äh, gehen können, wo es erst einmal diese, diese Geister, ähm, äh, Indianer angegriffen hätten, vom, vom Castle, die Ranch. Ähm, sie hätten in der Kirche schauen können mit dem, mit dem anderen Reverend noch was. Also, ja, also die Stadt mit ihren paar kleinen Häusern hätte man begehen können. Ähm, und kann man auch begehen nach Hollow Hope 1, habe ich Hollow Hope 2 noch geschrieben. Das war erst ein Con-Abenteuer und dann wurde es auch nochmal, äh, achso, dann habe ich es für Final Frontiers Man, äh, nochmal verwurstet. Dann kamen die nochmal nach Hollow Hope, genau. Stimmt, ja. Und da ist man dann nur in der Stadt. Also, da hat, habe ich diese ausgebaute Stadt ein bisschen, ähm, lebendiger gemacht. Also, das wäre Open World gewesen. Ja. Und ab Mine geht es dann in den Schlauch sozusagen. Das ist voll, ja, das, das ist vollkommen klar, ne, das sind immer Versatzstücke, du musst ja auch, oder du willst ja auch eine Geschichte erzählen. Also, entweder du erzählst eine Geschichte oder du baust eine Sandbox. Ähm, wichtig ist nur, dass sie irgendwann an einen gewissen Punkt kommen, das ist dann der Eingang zur Mine, weil da halt einfach was drin ist. Ist ja ganz klar. Da gibt es einen Trick, für die, für die Sandbox-Welt sozusagen gibt es einen Trick, weil man hat ja auch, ne, drei Stunden Zeitdruck bei so Sachen, ähm, man kann nicht, äh, nächste Woche weiterspielen. Ähm, und der Trick ist einfach, dass der Haupthinweis oder das, was passieren muss, damit die Mine klar wird, äh, Old Nugget, äh, an jedem Punkt passieren kann. Ja, ja, das heißt, dieser Hinweis, der euch zum, zur Lösung führt, ist nicht im Saloon festgelegt oder nicht auf dem Friedhof. Ja. Sie hätten auch sagen können, wir gehen nicht zum Friedhof und bockeln die aus, sondern wir gehen jetzt zum Dock und fragen, was ist da los mit uns? Und warum haben wir jetzt die, äh, gekotzt sozusagen? Und dann wäre Old Nugget mit seinen Zombie-Piraten beim Dock eingefallen. Bam, fertig, ja. Also dann hätte ich nicht den Saloon aufgebaut, sondern die Dock oder sie wären auf die Ranch und dann wäre der da gekommen. Und das ist immer eine ganz gute Möglichkeit, ähm, die Freiheit zu suggerieren, aber die Gruppe trotzdem zu leiten, äh, dass der Haupthinweis ihnen vor die Füße getragen wird, ohne dass es super offensichtlich ist. Ja, äh, ich bin ja sowieso ein Fan davon, äh, dass die, dass Dinge, es ist ja in der Realität auch so, dass Dinge passieren. Ja. So, und, ähm, es ist ja nicht so wie bei einem Computerspiel von früher, wo es so war, wo die Welt nur lief, wenn du dich bewegt hast. Äh, bei, bei My The Magic früher, ne? Wenn du eine Taste, wenn du, du hast einen Schritt gemacht und in der Zeit gab's auch eine Gegnerreaktion und solange du keinen Schritt gemacht hast, war die Welt eingefroren. Ja, genau. Das heißt, natürlich agieren die, äh, Spieler und das finde ich auch, äh, gut, dass du das, ähm, so variabel eingesetzt hast, ähm, äh, das werde ich dann auch mal so ein bisschen, äh, mal ein bisschen genauer drüber nachdenken, ähm, weil ich plane jetzt was Sandbox-artiges, ähm, da bin ich jetzt dran und, ähm, das ist natürlich, ja, klar, scheißegal, wo es ist, ja, man muss nur, man muss ja nur die Figuren klar haben, ihre Motivation und was will ich erreichen, wo die jetzt auftauchen, das kann man ja dann auch anpassen. Richtig. Ja, also, ähm, das hat, ähm, das hat, ähm, Einfluss dann auch die Sache, die die Heldenkupper haben. Es kann ja auch sein, dass das, ähm, Welt lebt nebenher. Kompletten MacGuffin bleibt, dass die Spieler sie nie treffen werden. Richtig, richtig. Äh, wenn es nicht wichtig ist für den, für den Plot, so hundertprozentig. Ja. Okay, okay, ähm, lass uns mal schauen. Also, du hast auf jeden Fall mehr vorbereitet, ähm, als du, als du gespielt hast. Das ist ja sowieso immer, äh, oder generell so, man hat nie das, man spielt nie das, was man vorbereitet. Das ist immer ein bisschen mehr oder weniger. Ähm, okay, hast du, ähm, das hast du jetzt ja schon mal so angerissen, du hast deine Spieler schon in die Mine gelenkt, dadurch, dass halt Dinge, äh, es ging ja schon am Anfang mit der Mine los. Ja, mit dem, der Old Nugget mit seiner Mine, das ging ja sofort los, ja. Das ist der Aufhänge, ja, ja, genau. Äh, das war ja gleich schon die erste Szene und so weiter. Äh, musstest du noch an anderen Stellen so ein bisschen pushen, äh, dass sie in der Spur bleiben, um in diesem Drei-Stunden-Korsett zu bleiben? Oder lief das so, lief das einfach ganz gut, einfach rund? Ich glaube, es lief ganz, äh, wie auf Minenloren-Schienen. Äh, die sind, äh, tatsächlich, ähm, von, äh, einem Action, äh, und Hinweis zum nächsten recht straight gelaufen. Also, wie gesagt, sie sind durch die, durch die Stadt so ziemlich durchgewurschtelt, ähm, und haben sich auch selten oder wenig verspielt. Ähm, also ich hatte tatsächlich, glaube ich, keine, keine Stoppuhr oder keinen, keinen Timer da und hab dann höchstens immer mit Julius geschaut und hab dann, wie du vorhin gesagt hast, die Pause gesetzt, ne, immer wenn ich, äh, neue Einleitungen gesprochen hab, wo ich gedacht habe, das ist jetzt eine ganz gute Pause. Mhm. Ähm, und das hat zufälligerweise dann, äh, getimt mit einer Stunde immer ganz gut geklappt. Also ich hab sie, wenn ich jetzt den Schluss gedenke, ich hab sie wirklich nie gepusht, nee. Ja, das ist, äh. Kam von ihnen, glaube ich, ganz gut hin. Nee, glaube ich nicht. Die, 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 die sind unerfahrene Spieler, die laufen da rum wie die kopflosen Hühner. Ich glaube, das war für, das, ich glaube, das sind viele Sachen, die auch so, instinktiv passieren. Ja, ja. Dass man sie, dass man instinktiv als Spielleiter merkt, okay, hier muss ich vielleicht nochmal eine Information ein bisschen genauer äh, streuen oder weniger. Was ich meinte ist, äh, du merkst zum Beispiel bei Michi, dass der ein Plotjäger ist, wenn wir wieder bei Spielertypen sind, ja. Ähm, der hat diese, diese Zusammenhangsache, wirft er immer wieder rein, ja, dieser, Moment mal, der Nugget hat doch auch so einen Stein, das kommt von ihm. Ähm, bla bla bla, die Mine, das kommt von ihm, ähm, ähm, das heißt, er, er will wissen, wie es weitergeht und wenn da einer drin ist und die anderen mitziehen kann, dann, ähm, hat wenigstens ein kopfloses Huhn irgendwo mal einen Korn zu finden. Das ist, das ist, äh, das ist so, das kommt auch ganz stark auf die Gruppe an, ja. Wenn einer dabei ist, der dann auch, äh, einer hat Spaß dran, wirklich nur Fragen zu stellen und der andere möchte gern Zusammenhänge wissen und, äh, dritte, ähm, der kann so gut schießen. Ja, ja, ja. Um zu entschärfen. Um zu helfen. Ähm, schwach gemacht, äh, steigend, die Zombies sind schwach, weil, äh, die Zombies ist der erste Aktkampf und da wird erstmal probiert, was kann ich, was passiert, wie würfel ich, ja, das war einfach der, der Einstieg, der Opener, ähm, da konnte auch nicht so viel passieren. Da war ein NSC dabei, äh, der zur Not eingreifen kann, das ist immer ganz gut bei einem Einstiegskampf, äh, um zu schauen, oh Gott, die Stufe 1 Charaktere, stell mir grad weg, cool, dann ist oben der Typ vom Klavier, der alle wegschießt. Ähm, ist zwar Deus Ex Machina, aber ist vollkommen legitim für sowas. Und, ja, ja. Wir hatten ja sogar die Wahl, auch einen NSC mitzunehmen, haben sie auch öfter gesagt, hätten wir mal den Indiana-Jungen mitgenommen, ja, der Messio wäre dafür bereit, sie könnten ihn doch mitnehmen, also auch das war Sandbox, ja, wenn's heißt, oh, wir reiten da jetzt nicht alleine hin, wer kennt sich aus, nehmen wir einen mit, auch das wäre möglich gewesen. Und dementsprechend habe ich dann, weil keiner mit in die Miene gegangen ist, den zweiten Kampf gegen die Spinnen, ähm, nee, da kam ja, da sind sie explodiert, äh, da hat er ja das Dynamit wieder geworfen. Äh, der Ramirez und, äh, hat diesen Kopflosen, der tatsächlich nicht ohne ist, ähm, der, äh, tatsächlich ordentlich hätte Schaden machen können, hat ihr in die Luft gejagt. Äh, also da hab ich auch nicht, äh, äh, die Spielleiter Willkür ausgepackt, sondern da hab ich einfach nur gute Ideen belohnt, also auch das Bett anzünden und so ein Kram, also da kam, ja, ja, da war eine Menge, da war eine Menge, äh, wo ich gesagt hab, ja, das ist cool, das ist nicht nur einfach, ich nehm meinen Revolver und schieß auf den Gegner, sondern ich nutze die Umgebung und ich nutze Sachen, die ich dabei hab und ich geh riesig ein und steck meine Hand ins Maul und so Sachen, ähm, die einfach viel schöneres Szenen geben. Ähm, das heißt, da musste ich tatsächlich auch nichts, äh, groß machen, beziehungsweise das, was ich gemacht hab, hatte Konsequenzen, also die waren ja dann doch ziemlich angeschlagen und angebissen. Da kann man ja doch dann, wenn, wenn Spieler sowas anbieten, sich, äh, ein bisschen eindenken, was, was ist denn in meiner Umgebung, auch mal während dem Kampf überlegen und so weiter und fragen, das ist ja für den Spielleiter dankbar. Da konntest du ja dann auch die, die, den Bonusschaden auspacken, weil du sagst, einfach, ja, geil und, oder, äh, Feuerschaden oder was auch immer. Ja, ja, und, äh, die, die, die Rücktür, die ich mir für sowas gemacht hab, weil, sind wir mal ehrlich, Cthulhu, was du gesagt hast, ist tödlich, ähm, und soll auch tödlich sein. Man soll sich nicht sicher fühlen, sonst betrügt man das System und auch die Spieler, die wollen das ja auch. Aber, es ist genauso kacke, wenn ein Michi Obermeier im Saloon drauf geht. Ja, macht keinen Sinn. Wäre, wäre auch blöd. Darum habe ich den ersten Kampf nach dem, äh, nach dem Vorfall mit dem Indianer, mit dem, äh, mit dem dunklen Manitou gemacht. Alle hatten also einen dunklen Manitou in sich und das ist meine erzählerische Hintertür zu sagen, ähm, ja, äh, Randall Recochet liegt tot am Boden und schlägt die Augen auf, ja, was? Ah. Das heißt, ich kann sagen, äh, anstatt, äh, ja, Michi, dein Charakter ist tot, mach's gut, für die nächsten zwei Stunden guckst du zu, kacke, für so ein Konzept, für so ein Format, wirklich blöd. Sondern ich kann jemandem sagen, so, ja, dann Michi, dein Charakter ist tot, aber irgendwas in ihm hält ihm an Leben. Und das wäre dann am Schluss interessant, wenn er in diese Totenstadt kommt, als eigentlich schon gestorben, ne? Und das habe ich zum Beispiel bei Martins Charakter verpasst, der eigentlich schon... Ja, da habe ich jetzt gerade überlegt, der hätte ja vielleicht auch am Ende sterben können. Exakt. Als du gesagt hast, okay, wir haben jetzt diese Verbindung getrennt, jetzt ist seine Verbindung auch zu schwach, um ihn am Leben zu halten. Das wäre halt auch witzig gewesen. Ähm, aber du hast dir das wirklich von vornherein, äh, so festgelegt. Ja, als Hintertür. Ja, ja, auf jeden Fall ist das... Da merkt man, da merkt man halt 20 Jahre Spieler, ne, Erfahrung und, äh, natürlich Lab-Erfahrung auch, das ist ähnlich eigentlich. Ja. Äh, kommt noch oben drauf, äh, Spielleiter nicht so lange, aber Spieler schon, das reicht ja schon mal. Ja. Ähm, okay, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, das sind solche Sachen, da mache ich mir keine Gedanken, weil ich, ich schreibe alle, alle Bedrohungen und alle Sachen, die passieren, ohne drüber nachzudenken, äh, ob die Spieler die passenden Werte haben, oder, oder ob sie das schaffen können, ähm, sie müssen halt auch mal, äh, sich eingestehen, dass vielleicht mal irgendwas nicht so klappt. Genau. Ich bin da ziemlich, äh, straight, aber ich, online nicht. Das würde ich eigentlich auch machen, genau, aber bei einer, bei einer Showrunde, die es halt trotzdem war... Da gehe ich das Risiko nicht ein, dass es, also dann lieber, dann lieber Spielleiter Willkür, aber das ist ja auch immer so ein bisschen zweischneidig, äh, dann lieber die Hintertür haben und erzählerisch das lösen und so sagen, hey, ist jetzt immer noch der, aber irgendwas ist anders, weil das macht ja was mit der Geschichte, mit dem Charakter und so weiter und es fordert ja auch wieder. Das darf man nicht vergessen, gerade auch für die Leute, die jetzt vielleicht, äh, das hier so ein bisschen als Einsteigertipps sehen, jetzt auch in Verbindung mit Rocket Beans, ähm, das, was da bei Rocket Beans passiert, ist ja niemals tödlich. Die Figuren sind ja zu 99 Prozent sehr, sehr stark, ähm, bei, das einzige Mal, wo Leute sterben, das ist Dysnomia, das ist so eine Sci-Fi, äh, Geschichte gewesen, das ist auch nur ein One-Shot und sie sterben wirklich in der letzten Szene. Sie hätten vielleicht auch schon vorher mal einer sterben können, klar, bei dir ist es ja auch so passiert, dass es relativ am Ende, äh, jemand stirbt, ähm, das darf man nicht vergessen, also das, was ihr online seht, das ist natürlich auch nicht zu vergleichen mit dem, was man in der Heimrunde macht, wo man dann auch sagt, okay, du kannst dir jetzt einen neuen Charakter würfeln, wir gucken mal, wie wir den wieder reinkriegen, irgendwann mal, und die anderen spielen jetzt das nochmal einen halben Tag weiter. Ja, okay, ähm, letzte Frage zum Leiten an sich, wie sieht's aus mit den Minigames oder mit dem Rätsel, hast du da, du machst ja auch in verschiedenen Settings noch verschiedene Minigames und Rätsel, hast du da irgendeinen Tipp für uns, wo wir sagen, okay, du bist dankbar? Cloud, ja, also, ja, sicher, also jedes Rätsel ist schon mal gedacht, jede lustige, ähm, Spielidee irgendwie schon mal, aber Cloud macht ganz einfache Sachen, ja, ähm, das, was ich jetzt hatte, war Memory so ein bisschen, ne, welche, 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 welches, welche Rune passt wohin, ähm, dann, äh, Cloud 4 gewinnt, Cloud, äh, ein einfaches Quiz, ich hatte bei, mein, mein liebstes Minigame, weil ich wusste, die Jungs sind ebenfalls aus den 80ern und haben denselben Nerdkram und Spielzeug mitgenommen, gibt's bei, ähm, The Final Frontiers Man finden sie einen Decoder, äh, den sie drücken und dann sieht man, äh, ähm, He-Man-Figuren und sie müssen die Namen dieser galaktischen Monster, müssen sie in ein Raster eintragen, wie ein Kreuzvertretsel, um das Lösungswort zu bekommen, also sie müssen die He-Man-Figuren benennen, sowas, ja, also, mach, ich mach mir bei Rätsel, ich bin nicht der Rätselmeister, ich hab auch nicht so viel Bock immer auf Rätsel, aber ich mach mir da auch keinen großen Kopf, sondern ich sage, ähm, Cloud-Systeme und, äh, Minispiele, die man kennt, gibt's mehr als genug und fasst sie dem, äh, dem, dem Genre an, dem Setting an und, äh, schon ist es eine Gaudi und, äh. Ist ja jetzt durch die PC-Spiele auch ganz groß geworden mittlerweile, es gibt jetzt zum, äh, meistens, äh, hier mit Mass-Effekt ist es irgendwann, oder mit Skyrim, dass es jetzt, äh, so Lockpick-Minispiele gibt oder Hacking-Minispiele und so weiter und das, das lockert so eine Pen-and-Paper-Runde auf jeden Fall immer wieder auf, also ich bin sowieso ein Fan davon, immer viele Versatzstücke zu benutzen, mal ein Detektivteil, mal ein Kampf, mal was Soziales, ähm, aber so ein Rätsel hab ich jetzt eher noch nicht gemacht, aber das werd ich auf jeden Fall auch mal aufnehmen. Bei Ablage C, äh, steht irgendwann ein Jenga-Turm mittendrin, ne? Als Hacking, glaub ich, ne? Ich glaub, als Hacking, genau, genau. Das fand ich auch ganz witzig eigentlich, die Idee, ja, warum nicht, ne, warum nicht? Okay, ähm, das haben wir jetzt soweit durch und jetzt kommen wir eigentlich so ein bisschen so zu den Behind-the-Scenes-Geschichten, weil es sind ja immer so, es ist ja immer so, man macht eine Runde, man ist danach fertig und dann, dann sitzt man noch zusammen und redet über Dinge und, äh, Feedback und das war geil und das war geil. Fangen wir nochmal an mit dem geilsten Event von allem, ne, einer von dem, es gab noch einen zweiten, aber der, 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 der letzte Atemzug vom Kaiser. Ja. Ähm, wie, wie war denn, hat, hat, wie hat Daniel das, äh, gefallen, hat ihm das gefallen? Fand er das total geil, dass er da, dass er da mit seiner Idee auf einmal so glänzen konnte? Wie, wie, wie war seine Motivation danach? Also, also, ich hab, ich hab mir nochmal Charakterblätter angeguckt, also, da ist tatsächlich die Frage nach, äh, den, äh, der Ausrüstung, einem besonderen Gegenstand und dem dunklen Geheimnis und er hat tatsächlich als besonderen Gegenstand diese Flasche sich ausgesucht und ich hab die natürlich abgenickt, ohne dass wir dafür Regeln genannt haben. Das merkt man auch, wenn er sich entkorkt, muss überlegen, was passiert sozusagen, was macht er? Und, ähm, es ist eine, eine, eine riesen Genugtuung für, äh, die Spielenden, wenn etwas, was sie sich ausgedacht haben, einen Effekt hat. Und wenn's das kleine Kreuz ist, was heilt, äh, ja, oder die, die krumme Pistole, die, äh, nicht richtig schießt, aber der letzte Schuss dann um die Ecke geht sozusagen, äh, oder der Atemzug des Kaisers, der irgendwie den Tag rettet, ähm, der nie vorher genannt wurde, außer, dass er so eine Flasche mal dabei hat. Und da auch überhaupt kein, wo du auch sagst, das hat überhaupt keinen Sinn. Also, wo man jetzt, also, es gibt viele Sachen, da kann man, die sind unnütz, aber man denkt sich, okay, es gibt Anwendungsmöglichkeiten. Aber sowas, was ja offensichtlich auch ein Scharlatan, äh, Ding war, ja. Also, vor allen Dingen, es war halt, äh, von seinem Background her, so sein, äh, rituelle, äh, sein ritueller Kultgegenstand sozusagen. Er hat sich ja noch nicht festgelegt, welche Gottheit und so weiter, und hat das Christentum als, ähm, Deckmantel benutzt, um irgendwas zu machen. Und das war sein, sein, sein heiliger Kral, den er mitführt, sozusagen. Seine Reliquie, ja, war das. Seine Reliquie, eine Reliquie war es. Und dass diese Reliquie dann in diesem Zusammenhang eine Wirkung hat, natürlich, das fand er, fand er genauso super wie, also, Daniel ist da schmerzfrei, wie, äh, an die Wand schauen, als er seinen, äh, Nachschaudings, da verkackt hat. Ja, weil er, weil er da wieder sein nackte Kanone-artigen Humor mit einbauen konnte. Ja, das ist genau dieses Ding, äh, ist das, gibt's doch bei nackte Kanone auch. Äh, äh, dass, dass der Leslie Nielsen nichts sieht und, äh, oder, oder was auch immer, oder ständig gegen diese Mülltonne fährt oder sowas. Und diesen Humor, den spielt er dann auch, also, den, 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 den will er dann auch erzeugen. Das sieht man auch bei seinem, äh, bei seinem Wissenschaftler. Das ist, ja, da ist die, die, die Mikro, äh, Mikroskop-Szene. Nimm das andere Auge, Ed. Ah, ja. Ja, genau. Genau. Dieser, 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 dieser flache Humor, äh, den bringt er ja immer wieder. Und dann, dann schaut er auch gerne gegen die Wand. Das hat ihm dann auch gefallen. Ja, super. Er, 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 er denkt auch, ja, ich bin eh kein Krieger, so, ja. Oder seine Lampe, ne, ja, ich hab die Lampe dabei und meine Lampe, ja, das ist ein nutzloser Gegenstand, aber immer mit der Lampe rumgehen. Okay. Genau, und weil er, ne, das ist, das ist tatsächlich dieser, auch ein bisschen dramaturgische Aufbau, der ungewollt dann passiert ist, äh, der, der Fry hat nichts wirklich Sinnvolles gemacht. Er hat das Bett angezündet, ja, aber ansonsten ist er blind rumgestolpert, hat die anderen angeschossen und so weiter und war immer so ein bisschen so, ah, was, was macht der? Und dann entkorkt er dieses Ding und macht einen Effekt, mit dem keiner gerechnet hat. Das ist natürlich katharsisch, ja, für die Figur und auch für den Spielenden dann, äh, ja, ich glaub, das haben alle. Ach, der hat schon, der hat schon, äh, das, das darf man auch nicht immer vergessen, ne, dass Spieler, die auch vielleicht jetzt nicht, äh, irgendwie im Kampf so viel reißen oder so, äh, die spielen ja trotzdem mit und sie kommen ja trotzdem auf Ideen und sie bereichern das ja dann auch. Die Würfel waren gegen ihn. Ja, ja, äh, aber dadurch, dadurch, dadurch war ja auch der, was der, was der eine Stimmung an den Spieltisch gebracht hat, die Figur. Ja. Ja, und auch dieses teilweise, was, was sagt er denn jetzt schon wieder? Ja, 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 ja. Oh, kleiner Timmy. Hier war ich schon mal mit dem kleinen Timmy. Ja, da bin ich doch, ja. Oh, ja. Ja, und das ist eben auch der Spielertyp, äh, dieses Spaß am Scheitern oder Spaß an, an der eigenen Tiefstatusfigur. Was, was unglaublich schwer für manche fällt, ne, die, äh, gerade Helden, äh, Rollen gewohnt sind und so weiter, eine Tiefstatusfigur zu spielen. Jemand, der, dem es nicht gelingt oder der eben. Ja, ich liebe das. Ich habe, ich liebe es, Versager zu spielen. Ja, ja, ja. Ähm, äh, so richtig, also, ich mag es auch mal irgendwie jemandem mal zu sagen, ich spiele jetzt mal einen Krieger, der richtig Dampf hat oder einen Magier, der viel weiß. Aber oft sind meine Figuren halt auch einfach, äh, äh, sehr, 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 sehr mittelmäßig, ähm, weil ich auch ein Verfechter davon bin, Figuren nicht an Punkten zu vergeben. Jeder hat gleich viele Punkte, sondern bei Midgard ist es so, du würfelst halt. Richtig, ja. Und ich, ich mache das wirklich so, ich nehme die Würfel, die kommen und passe dann auch da ein bisschen meine Geschichte dran an. Ja, und da habe ich dann diesen Gefallen dran gefunden, mal so absolute Loser zu spielen auch mal. Wenn die erfolgreich sind, ist aber auch schön. Okay, wie war das denn mit dem, äh, Charaktertod von Fritz? Ist dir das schwer gefallen, als Spielleiter zu sagen, ich, äh, okay, er hat jetzt seine Hand verloren und jetzt, jetzt haue ich ihn auch noch komplett weg. Nee, weil es war ja ein, äh, tatsächlich ein Heldentod, ähm, das heißt, ich nehme ihn nicht den Charakter, weil die Würfel sagen, ich nehme ihn den Charakter, sondern weil, äh, die Story sagt, ich nehme ihn den Charakter und weil, äh, Fritz damit auch etwas, nämlich den Endgegner platt macht, äh, etwas für die Star macht. Das heißt, es ist nicht der unglückliche Wurf, es ist auch nicht die Bestrafung des Spielleiters, ja, ganz schlimm für einen Charaktertod, auf gar keinen Fall. Aber es ist trotzdem Cthulhu und, ähm, 2015 war Session Zero auch noch nicht so der große Begriff, für mich zumindest. Dementsprechend hätte ich natürlich auch vorher gefragt, äh, hey. Ist für mich heute überhaupt kein Begriff, was ist das? Ähm, äh, wenn man mit einer komplett frischen Runde startet, dass man erstmal schaut, äh, wie ist die drauf? Ach so, äh. Hat die Bock? Es kann sein, dass alle vier sagen, nee, ich liebe meinen Charakter, ich will nicht, dass er stirbt. Dann kannst du jemanden den Spaß komplett verderben, wenn du sagst, der ist jetzt tot, ja, anstatt, gut, habe ich nicht gemacht, weil ich wusste, ich bewege mich eigentlich in recht sicherem, äh, Terrain mit den Jungs, auch wenn ich es tatsächlich vorher nicht so persönlich kannte wie jetzt. Ähm, und, äh, genau, deshalb hatte ich aber damit wenig Skrupe. Wir haben nur gesagt, es ist ein One-Shot, ähm, die werden wahrscheinlich eh nicht mehr gespielt, also, Klammer euch nicht zu sehr dran. Ähm, aber es war nicht klar, jetzt bringe ich alle Charaktere um, sondern es war geschichtlich, wie auch, ähm, ich, ja, mit, 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 äh, der Dramaturgie zusammen, dass, das gut gepasst hat und, äh, Fritz sich dabei auch nicht geärgert hat oder sowas, sondern im Gegenteil, fand's cool. Sieht man ja auch am Ende, wo er das dann, wo er sagt, äh, dass, äh, das, äh, der beste Teil war der, 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 der Arm, glaube ich, oder so. Ja, genau. Weil er damit nicht gerechnet hat. Also, das ist auch wieder dieses überraschende Spieler. Er hat tatsächlich gedacht, man spielt sich da durch und sowas und es ist ein Computerspiel, ne, das ist auch immer ein bisschen im Kopf bei mir. Ja, ja, ja. Ähm, da wird nicht so viel passieren, ich hab ja einen Heiltrank dabei und wenn nicht, hab ich einen Continue, ja. Ähm, aber nee, äh, das war nicht so und das hat ihn positiv einfach überrascht, dass das passieren kann, ja. Dadurch ist, das ist eine Wertigkeit. Wenn man immer, wenn ich, wenn ich Figuren sehe, die seit 30 Jahren gespielt werden, die einen Level von 12.000 haben und magische Gegenstände bis zum Arsch, da ist doch überhaupt keine Spannung dahinter. Ja, sicher, ja, sicher. Ähm, Charaktere müssen sterben und ich gehe da mit dir auch, äh, komplett d'accord, diese Nummer von wegen, jetzt stirbt jemand bei einer Kletterpartie, äh, weil er Wurf nicht passt, das ist immer ein bisschen schwierig. Es muss dann schon eine richtig krasse Kletterpartie sein, am besten noch unter Beschuss, äh, von Pfeilen und so und wenn dann einer abschmiert, okay, aber wir machen jetzt, ihr klettert jetzt da die Mauer hoch und einer stirbt. Das, theoretisch ist das bei Midgard möglich. Du machst, du kletterst, ähm, und ab einer gewissen, ähm, Meteranzahl kommt immer 1,6 dazu pro Meter. Machst du zack und dann ist er, Blödsinn, muss man nicht haben. Okay, ähm, also Fritz hast du, äh, gerne weggemacht und es hat natürlich den Spielern auch dadurch, ähm, den Anreiz gegeben oder die Erkenntnis, ähm, das ist auch, äh, man kann auch sterben, es ist tödlich, ähm, das heißt aber auch alles andere, was ich bis jetzt getan habe, war natürlich dann auch viel, viel heroischer, weil immer die Chance bestätigt, ich kann sterben, ja. Okay, ähm, wie sind denn die anderen so, äh, damit umgegangen, äh, gab's dann, also, gab's nach, nach den Aufnahmen dann auch so, so erstaunte Blicke oder erstaunte, äh, Sachen, dass jemand gesagt hat, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, äh, dass man da sterben kann oder wie krass das ist oder was auch immer. Also ich glaube, das kam hauptsächlich vom, vom Fritz dann zurück, dass, äh, der es gefeiert hat und gleichzeitig, äh, sich gewundert hat darüber, ähm, ich muss jetzt gerade mal tatsächlich überlegen, also wir haben danach nicht mehr lange im Studio gesessen, aber wir waren dann beim Burger, ne, beim Hans im Glück Essen noch, äh, zum Abschluss und da hab ich ein bisschen behind the scenes auch geschossen, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt darüber geredet haben dann, ähm, also insgesamt kam's gut an, also bei, bei allen, äh, Michi und Daniel waren ja schon ein wenig, äh, vorgebrannt durch Fallout und die anderen, äh, fanden, ähm, das Erlebnis auch ziemlich cool, soweit, dass wir es halt tatsächlich noch ein paar Mal dann wiederholt haben in verschiedenen Szenarien und eigentlich hatten sie, äh, immer in irgendeiner Art und Weise Spaß, am meisten natürlich und darauf achte ich dann, wenn ihre Ideen sozusagen auf Wiederkehren, äh, äh, bestes Beispiel ist Spider Shark, äh, das ist komplett auf deren Mist gewachsen, aus einem kurzen Dialog aus Sea of Thieves oder sowas, äh, äh, auch wieder von Daniel, der dann Spider Shark irgendwann als Filmidee rausgelangt hat und dann hieß es, lass uns das mal schnell als PNP verwursteln und das, ähm, klar, wenn, wenn, ne, das kennen wir ja auch, also das kennst du ja genauso, du spielleitest, hast eine Idee und wenn du merkst, diese Idee wird im Spiel lebendig und andere spielen in deinem, äh, Film im Kopf, in deinem MindEye Theater spielen die mit, äh, das ist, äh, das setzt, ähm, ja, Freuden, äh, Hormone frei, das, äh, das ist cool, das ist ein cooles Erlebnis und, ähm, ähm, ich glaube, so war man danach auch so aufgeladen, war man damit auch und ich, ich war Starstruck, dementsprechend war ich eh gut dabei und hatte eine gute Zeit und die anderen, äh, für die waren das zu 50% das erste Mal, äh, Rollenspiel und ich kann mich nicht mehr an mein erstes Mal Rollenspiel erinnern, ähm, leider, oder hab's wahrscheinlich auch nicht so wahrgenommen, wie ich's jetzt wahrnehmen würde, aber ich glaube, dass, äh, das ist ein cooles Gefühl und ich glaube, die hatten echt eine gute Zeit. Naja, es ist wie bei allen ersten Malen, es gibt gute und es gibt schlechte, ich kann dazu sagen, dass ich in den ersten, also ich hab mich total auf Pen & Paper gefreut, ähm, und dann hab ich nach der, nach 5 Stunden, hab ich da echt gesessen, ich weiß es noch wie heute und hab gesagt, jetzt hast du hier 5 Stunden deiner Zeit verschwendet, so ein Scheißtreck, das war absolute Scheiße. Wie alt warst du denn? Oh, 23 oder so. Ja, okay. Ich war schon älter. Wir haben, wir haben schon ewig damit rumgemacht, irgendwie, Pen & Paper fanden wir immer gut und hin und her, aber bis man irgendwas gefunden hatte mal oder so und, und man hat es auch nie gemacht, also es ist, man hat es noch nie gemacht, das heißt, man hat's natürlich auch nicht aktiv versucht, jetzt, ich muss jetzt Pen & Paper spielen. Ja, 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 klar. Witz, wir waren alle in einer, in einer, in einer Parallelwelt, in einer Geisterwelt, bis, bis auf einen Spieler, der hat die, ähm, der hat den Widerstandswurf geschafft gegen diesen, diesen Magie und der hat dann, während die anderen geschlafen haben, einem anderen Spieler oder einer anderen Spielerin ein Schnurrbart gemalt. Richtig schön mit Fälschenwurf, ob der Schnurrbart auch echt aussieht und so weiter und dann ist diese Spielerin nur noch verarscht worden vom, 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 vom Personal. Niemand hat ihr gesagt, dass sie ein Schnurrbart hat, Spiegel gab's nicht und sie hat die ganze, und wir haben so gelacht dann über diese Situation. Ist total albern, aber es hat, es hat reingezogen. Siehst du, und ich kann darauf nicht mehr zurückgucken, ich war 15, 16 und wir sind nie mit so, ähm, pass die Spielergruppe und sowas rangegangen, sondern man ist rangegangen, wie man in 15, 16 auch neue Sache rangeht. Ähm, dementsprechend, sag ich jetzt retrospektiv, ich hätte mir tatsächlich sowas gewünscht, ähm, wie die jetzt einen Einstieg hatten. Also mit, ähm, einem vorbereiteten Spielleiter, nicht mit jemandem, der gerade das Buch für sich geholt hat und mit einer Gruppe, die sich schon auf einem Niveau sozusagen trifft. Und ich glaube, das war einfach ein ziemlich, also ohne mir selbst, aber es war ein guter Einstieg, ähm, um, um PNP genießen zu können und zu merken, was, 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 was es alles macht, also was es alles kennt. Also auch hier wieder der Fritz, ich glaube, der ist am begeisterungsfähigsten, sowieso eine schöne Grafik, äh, aber insgesamt einfach, ähm, ich glaube, der, ein Grüß an Fritz, wenn du es liest, äh, hat sich nicht mehr eingekriegt danach und hat, da, äh, wollte sofort weitermachen und fand das, fand das unglaublich gut. Und, äh, der sagt nach jedem, wirklich nach jedem, nach jeder Runde, die ich mit ihm gespielt habe, sagt der, boah, äh, wieso hat man da keinen Film draus gemacht oder, boah, äh, das kann ich mir voll gut als Serie vorstellen. Ja, also der ist genau, was du gerade sagst, der ist voll im Film tatsächlich, in allem. Das ist dann einer, den hörst du am Nebentisch was erzählen, wie, er erzählt eine Geschichte vom Pen & Paper und der, vom Nachbartisch fragt dann einer rüber, was ist denn das für eine Serie? Genau, was ist denn das für eine, ja, genau. Ja, das, also das, also, also der hat richtig Feuer gefangen, ich meine, die anderen, also, die anderen, also man hat gesehen, dass alle Spaß hatten, es wurde ja nur gelacht, ähm, es wurde auch geblödelt, was immer wichtig ist, also auch bei mir, ich mach gerne, ich nehm das gerne ernst, das Rollenspiel, ich nehm die Welt ernst, aber Humor ist immer dabei, aber nicht in den entscheidenden Szenen. Ja. Ja, das war ja auch so, äh, die haben ja viel Klamauk gemacht, aber es gab auch immer Szenen, okay, jetzt ist es straightforward, da muss man auch bei Leuten, also in der Regel muss man die Leute da auch nicht zu, zu zwingen, aber vielleicht gibt's auch Leute, wo es so sein muss, ich weiß es nicht, gerade Jüngere vielleicht. Ja. Ähm, aber das ist ja jetzt kein Problem, so. Nee, und vor allen Dingen gibt's zwei Stufen von Klamauk, ich hab, lass beide zu, ich hab in beiden Spaß, weil ich natürlich Spaß an den Jungs ihren Klamauk hab, und zwar einmal die OOC, äh, Klamauk, der mal so einen Bespruch, äh, gibt. Also außerhalb des Spiels. Genau, genau. Auf der Meta-Embra oder so. Aber auch der Klamauk, der in der Figur kommt, also das, das ist, das ist halt, das ist Gold wert, wo du halt denkst, wenn es ein Film ist, ist das der Comic Relief, der gerade kommt, ja, also da kommt dann der Spruch vom Priester und der ist wirklich so. Ähm, oder, oder der, der kurze Wechsel, wo wir auch eingestiegen sind, beim, äh, wo der, der, der Mexikaner beim Totengräber sagt, ja, ich will mal die Leichen schauen, ich sag, ja, schon wieder, du hast ja eine Preisliste, ja, äh, das, das war nicht außerhalb der Spielsführung, sondern das war in der Rolle, und das, das feier ich, das finde ich toll. Ich glaube aber, ich bin der Meinung, das entsteht nur dadurch, dass, äh, dass man die Welt ernst nimmt. Ja, ja, auf jeden Fall, genau, weil dann kann auch sowas ernst genommen werden, ja, also kann auch sowas im Ernst sein. Ja, dann, ich finde, dann entsteht erst ernst, wenn alles sowieso schon auf so einer albernen, ironischen, äh, äh, Note ist, dann ist das ganz schwer, da nochmal irgendwie was rauszuholen, das ist natürlich bei den Rocket Beans so, da ist die Anlage schon sehr albern auch, teilweise vom, vom, vom Spielleiter, ne, so auf Unterhaltung, wir, bisschen, bisschen, nicht alles so ernst, die Spieler nehmen es nicht mehr so ernst, und, und dadurch entstehen halt diese krassen, witzigen Sachen nicht so häufig, wie jetzt zum Beispiel bei Hollow Hope, ähm, wo es halt schon klassische Szenen gab, also, Wahnsinn. Okay, hast du irgendwas aus dieser Nummer, äh, groß jetzt mitgenommen, dass du gesagt hast, ähm, es ist natürlich eine andere Erfahrung, zu Spielleiten on Tape für eine, als Unterhaltungs, äh, YouTuber quasi? Ja, also auf jeden Fall, ich meine, das war meine zweite Unterhaltungs-YouTuber, ohne meine, meine dritte, mit Star Wars gerechnet, die war ja ein Tag zuvor, und, äh, ja, sicher, also, ich, ähm, sag mal so, äh, das haben wir vorhin im Vorgespräch gesagt, wird man auch sehen, bei, bei der Fallout-Besprechung, ähm, bei Fallout war ich noch sehr aufgeregt, sehr, sehr der Fremdkörper am Anfang zumindest, da brauche ich ein Spiel, äh, ähm, ein bisschen Einspielzeit, auch ich, ne, nicht nur die Spieler. Na, klar. Ähm, das war bei Hollow Hope und bei, bei den zweiten Star Wars schon nicht mehr so, ähm, und, äh, da lasse ich mich auch sehr schnell drauf ein, ähm, als, als Bühnenmensch, dass, das, das Lampenfieber, was immer da ist, und was immer dazugehört, wenn irgendwo auch verspätet dann im BOD ein Publikum da ist, ähm, dass das recht schnell abklingt, wenn ich sofort in, in, in Szene irgendwo gehe und der Spielfluss da ist und so weiter. Und das, ähm, lerne ich mit jedem, ähm, jeder Aufnahme und jedem Live-Ding, ähm, mehr und mehr, ja, also, wie ich tatsächlich das Medium, äh, virtuell, äh, und Kamera, ähm, ähnlich wie, wenn ich, äh, Bühnen, äh, Schauspiele betreibe, wie ich das auf mich einpendel. Dass ich mich da wohlfühle, das ist eine ganz wichtige Sache, deshalb macht das ja auch nicht jeder. Ich fühl mich immer, äh, ich hab immer Lampenfieber. Also, wenn wir auch in der Hand, wenn wir privat spielen. Ja. Also, nicht, 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 online, ich hab jetzt noch online noch nicht so viel gemacht, da wird ein bisschen was kommen jetzt in Zukunft, aber, ähm, ich hab immer Lampenfieber, ich bereite mich sehr gründlich drauf vor, ähm, und ich brauch auch erst mal so eine halbe Stunde, um da so richtig reinzukommen, ähm, und, äh, das geht auch nicht weg. Ich, äh, ich hab auch früher Schlagzeug gespielt, ähm, witzigerweise war es beim Schlagzeug, wenn wir Auftritte hatten, war ich vor den Auftritten relativ ruhig und entspannt. Das Lampenfieber kam nach dem Auftritt. Oh, okay. Ich, ich, ich war dann nach dem Auftritt so, als ob ich eine Flasche Wodka gesoffen hätte. Da kamen dann diese ganzen, äh, weiß ich nicht, was das, wie man das nennt. Aufgestaute, ja, 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 okay. Irgendwelche Endorphine oder wie man das nennt, keine Ahnung, Endorphine. Ja, ja, das ist losgelöst. Also, ich hab's, äh, zwei Minuten vorher immer. Also, ich hab, ich kann eine Stunde vorher ruhig sein, dann ist es wirklich kurz davor, aber dann ist man im Film, dann ist man eh auf der Bühne und kann nichts machen. Ja, das ist wichtig. Sobald es losgegangen ist, dann ist es auch wieder, dann ist es nicht mehr da, aber diese Anspannung, für mich ist es eine Grundanspannung, äh, weil ich, weiß ich nicht, es liegt, das liegt in mir drin. Ich, ich will abliefern, ähm, ich will, ich will meine Show machen, ich will den Leuten, ich will die Leute mitziehen und ohne diese Grundanspannung, äh, kann ich das gar nicht. Also, ich find das auch erstaunlich, dass Leute so total tiefenentspannt kommen schon eine Viertelstunde zu spät, ja, und haben dann, auch, und suchen dann, während sie spielen, suchen sie, ach, sag mal, hab ich die Karte nicht da und so, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ja, genau. Also, Dito, ja, auch nach 30 Jahren, völlig egal, gehe ich mit dir total konform, was das angeht und ich steigere das immer ein bisschen. Also, das ist tatsächlich das, was ich damit gelernt habe, dieses öffentliche Rollenspiel, äh, und das versuche ich immer ein bisschen mehr, beziehungsweise auch, äh, zu verwurschteln. Ich hab ja auch drei Runden auf der Bühne geleitet tatsächlich, weil das mein großer Wunsch war, ähm, damals bei mir im, im Theater mit, mit, äh, meiner Heimrunde so ein bisschen vor Live-Publikum zu spielen, äh, was nochmal eine andere Sache ist, ja. Oh ja, das ist glaube ich. Als, als Schauspiel, das ist eine andere Sache als nur Rollenspiel. Und auch das war ein gutes Training, insgesamt, äh, funktioniert das überhaupt hier? Wir sitzen am Tisch und da schauen uns, äh, Leute direkt live zu. Ja, kann ich das, kann ich das runterbringen? Also, äh, was passiert, ne? Weil, weil du kannst ja da wahrscheinlich nicht, du kannst keine Einblendung machen, oder? Weniger, ja, also, viel schwieriger, ja. Ja, okay. Letzte Frage, dann sind wir auch schon fast durch, ähm, hast du eine Entwicklung in dieser Zeit, jetzt nicht nur, äh, so, Hollow Hope, sondern generell, äh, bei den Spielern mitbekommen? Ähm, die sind ja meines Erachtens schon auf einem ganz guten Niveau eingestiegen, dafür, dass sie keine Ahnung hatten von Pen & Paper. Aber merkst du eine Professionalisierung auch, äh, in Charakterkonzepten, im Spiel? Ja, ja, ich, ähm, ähm, also wir haben jetzt auch durch Corona und durch vollen Plan lang nicht mehr gespielt, aber alles, was danach kam, äh, direkt danach kam, Ablage C und, äh, das war schon, äh, von allen Vieren, äh, ein Sprung, ich, man merkt's immer an den Charakteren, weil woran sonst, also, wenn sie spielen, spielen wir das, haben wir grad gesagt, wenn die Kamera läuft, ist eh klar, dass man dann drin ist, aber in den Vorbereitungen merkt man, glaub ich, sehr viel, wie viel Liebe drin ist und wie viel Wettbewerb da drin ist, Wettbewerb ist ein schöner Ziel, also, wie, 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 wie kreativ ist meine Figur und wie sehr überrasche ich die anderen drei damit? Das ist so ein, also, kein negativer Wettbewerb, aber das ist so ein bisschen, ähm, weil jeder behält seinen Charakter für sich und dann wird am Tisch gesagt, Ablage C, äh, hatte jeder der Beamten einen Spleen und dann wird die Reaktion der anderen so, wie, wie geil findet ihr meinen Spleen sozusagen? Ich hab mir, ich hab mir dabei was gedacht, ja, und, äh, ich hab mir meinen Charakter viel mehr ausgedacht und das ist definitiv mehr geworden, also, wenn, wenn ich die Sachen nicht vorgebe, kommt da viel mehr von, von den Jungs und das baut sich auch, ähm, viel mehr über die Runden, also, wenn wir keinen One-Shot haben, Final Frontiers Man zum Beispiel war eine Kampagne und da hat man gemerkt, die wollen auch Charakterentwicklung, die wollen da, ähm, über, über das, was hab ich mir am Anfang ausgedacht, hinaus und, ähm, nehmen Dinge an, die von außen kommen, von den Mitspielern wie auch von mir und, ähm, sind mehr im Charakter als, äh, zuvor, sag ich mal und nehmen den Charakter auch mehr als sich an, ja. Ich glaube, dass das der große Unterschied ist zwischen Rocket Beans und den GameTube Pen & Papers, ihr seid mit One-Shots gestartet, jeder konnte sich in zwei, drei Sitzungen ausprobieren und, und dann ging's in ne Kampagne rein. Ja, 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 ja. Tears war anders, das war sofort eine große Kampagne mit, was weiß ich, vier, fünf, äh, Episoden, das heißt, die Spieler hatten auch noch gar keine Vorstellung, die Figur, die ich mir überlegt hab, bringt die was, will ich die überhaupt spielen? Und dann kann ich ja nicht mehr raus erst mal, da bleib ich erst mal da. Z.B., äh, nur um's mal exemplarisch zu nennen, der, ähm, der Budi spielt einen Industriekletterer, Zack, den er als blonden Schweden beschreibt, der aber von der Community immer als Asiate gezeichnet wird und auch, das geht komplett verloren. Z.B., äh, ja. Ja, was ein One-Shot war, Welten. Ja, und das ist das, und deswegen möchte ich das auch ein bisschen zeigen, ja, das, das, weil, weil gerade, ich, ich kann mir gut vorstellen, wenn man als Spielleiter sowas sieht und sitzt dann daheim und sagt, ich bin euphorisch, ich spiel jetzt How to be a Hero, ich spiel jetzt was auch immer, ja, und wir wollen jetzt was spielen und hat diese Bilder im Kopf von Moriton Manor, von GameTube oder was auch immer, wo Spieler sind, die diese Erfahrung haben. Ja, und dann sagen die, ja, das, die haben ja gar nix gemacht von sich aus, da kommt nix oder die sind schlecht, die Spieler oder was auch immer, das sind ja gleich die Sachen, die man so denkt. Ja, 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 ja. Man muss das alles lernen, als Spielleiter auch. Wie kriege ich die Spieler dazu, das zu tun, ohne sie jetzt irgendwie zu pushen, das hast du jetzt auch in diesem Video ganz anschaulich erklärt, auch deine Abläufe und so weiter, vielleicht, da wird auf jeden Fall jemand was rausziehen. Ja, ja. Ich auf jeden Fall, ja. Was du mal anhand gesagt hast, auch hier, auch im dauernden Vergleich, spielt Pen & Paper, wie ihr Pen & Paper spielt, das sind alles Vorschläge und Ideen, wie es zum Beispiel jetzt für mich an dem Tisch und für die GameTuben gut funktioniert hat, aber das hast du in irgendeinem Zusammenhang auch am Anfang schon erwähnt, es gibt kein Richtig oder Falsch. Also das Richtig oder Falsch entscheidet der Tisch gemeinsam und das Gefühl. Das heißt, für Rocket Beans, auch wenn Hauk jetzt mit im Nachhinein draufschaut und kritisch ist, das ist vollkommen in Ordnung, verbessern kann man sich ja immer, war das ja trotzdem nicht falsch, im Gegenteil, es haben ja auch ganz viele gefeiert und es reicht für die normale Runde, wenn ihr das zu Hause feiert und merkt, das ist richtig und das war ein cooler Abend und fertig. Ja, hat Spaß gemacht. Genau. Und das andere sind einfach nur Improvements, die manchmal funktionieren, manchmal nicht, die man ausprobieren kann, ob das dann sich noch besser anfühlt. Ja, vieles kommt mit der Zeit auch. Ja, auf jeden Fall. Es ist immer, man kann den Anspruch haben, dass man sagt, ich möchte gerne eine Runde haben, die so und so ist, aber wie auch immer, ihr könnt nicht Herr der Ringe nachspielen, weil die Story schon existiert, genauso wenig könnt ihr diese Stimmung an einem Tisch genauso erzeugen. Und wie ihr sie seht, das kommt auch aus den Spielertypen raus und so weiter. Okay, aber das ist ein anderes Thema, aber ich finde es aber ein schöner Abschluss. Da ist das hier mal eine runde Sache, da ist das nicht nur Gelaber und Behind the Scenes, sondern man kann davon auch viel mitnehmen. Aus deinen Schilderungen, deswegen bedanke ich mich nochmal, dass du dabei warst. Ja, und ja, wenn euch das gefallen hat, dann schaut doch mal rein bei Borry My Heart in Hollow Hope. Ich will immer With Hollow Hope sagen, habe ich schon wie oft gesagt. Und auch bei den anderen Reactions, es kommt ja auch auf jeden Fall Fallout, was vorher gespielt wurde, aber von dieser Konstellation einfach Gold war. Ja, André Peschke und der Haider. Ja, mit Michi und Daniel, ja. Die, ja, die haben aber so einen richtig krassen Twist reingebracht nochmal. Einen ganz anderen Vibe. Und auch ohne gespielt zu haben vorher, war ich auch total erstaunt. Okay. Ja, das ist wieder ein tolles Beispiel für Spielertypen dann, ja. Vorhang zu und alle Fragen offen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Und ciao. Ciao, Ben. Ciao. Ciao.